Eine Falschmeldung über BioNTech-Chef Shaheen verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. Dabei wird ein Interview-Ausschnitt genutzt, um den Eindruck zu erwecken, dass der Mediziner im Dezember 2021 noch nicht gegen Covid-19 geimpft sei. Doch was hat es mit der Falschmeldung auf sich? Das Interview, in dem Shaheen sagt, dass er noch keine Corona-Impfung erhalten habe, stammt aus dem Dezember 2020. Der Clip wird rund ein Jahr später genutzt, um andere Social-Media-Nutzer gezielt in die Irre zu führen und Falschmeldungen zu verbreiten. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters stellt ein Unternehmenssprecher klar, dass Shaheen bereits Anfang 2021 geimpft worden sei und inzwischen auch eine Booster-Impfung erhalten habe. Seine alten Aussagen seien mittlerweile vollkommen veraltet. Der Fall zeigt, wie leicht veraltete Video-Inhalte dazu genutzt werden können, um Falschmeldungen und irreführende Behauptungen über in der Öffentlichkeit stehende Personen zu verbreiten. Der Fall ist wieder in der Öffentlichkeit stehende Menschen in der Öffentlichkeit stehende Personen. Der Fall ist ein Unternehmenssprecher.